Da versteht man den ganzen Tag, den ganzen Teuer, das Lernen. In allen Mitteln gibt es vier, zwei Sachen. Mit dem Dach ist es. Und dann ist es angenehm. Man sagt, man macht Leute. Man schluckt sich rein. Man macht 40 Schauf mit dem Teuer. Wo ist es wert? Da ist es wert. Da ist es wert. Da ist es wert. Da ist es wert. Nein, da ist es nicht wert. Da ist es wert. Bei meinen Kindern. Also, wie kann man sagen, als beim Tatsachen, wo wir gesehen haben, der Arke und der Arke Neuem. Ein angenehmer Mensch. Ein ziegelloser Mensch. Das ist in der Mitte der Herzen. Die Gestalten sind in der Häusche. Die Kinder auf dem Mäufen. Die Gesichter zusammenzuhalten, die alle Sachen. Die Brotkodile Weiting. Keiner nicht. Die Wiener. Sie können auch warten, aber sie warten. Ich hoffe, dass wir keine Warte haben. Ich bin in der Häusche, wo die Rä гр lim-Tel sind. Also, ich bin in der Häusche. Die Warte haben noch immer auf der Häusche. Ich bin in der Häusche. Also, ich bin in der Häusche. Die Zeit auf dem Mäu und dem Neuem Mayo. Ich bin in der Häusche. Das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Das ist die Zeit. Wir haben uns keinen Sinn. Das war ein diesem Gerät. Wir haben die Sohlin. Das war ein Wasser. Aber sie haben zu wissen, dass die Dinge. Das war nicht so. Da ist nicht so, dass sich die unbezogen werden, dann kommt es weiter zu. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn gerne, aber da müsste ich an, wir haben einen anderen Weg darüber, aber ich habe dieses Ganze draufgestellt, ja dann bin ich aber hier, ich fahre auf einmal und habe sogar einen Ingel. Das ist die ganze Welt, die ganze Welt kocht sich, die ganze Welt kocht sich, die ganze Welt kocht sich. Was man und ich weiß nicht, ob man da vor dem Rachmann schmarrn. Aus dem Rachmann schmarrn sagt, dass man schon mal sucht, wenn man sich in der Wien besucht, aber das sagt, dass man das nur in der Zeitung und in der Nähe zwischen den Schierens ist, und so ist es. Aber der ist ein Koch, der einen versteht zwischen den Schierens. Aber das ist ein Stück von Schierens, das ist ein Stück zwischen den Schierens. Wenn die Schierens sind nicht ausgehalten, zwischen den Schierens, wenn man das tut, Und die Leute sehen uns wie die Gemeinschaft. Und wir brauchen nicht so, dass sie einen Kopf aussprechen. Er sagt, sie 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 sagen. Und wir sehen uns so, wie sie finden, wie sie es gut ist. Und in der Tat, die ich mein Herz beckerluche. Und wir machen das so ein Schäfer, so ein Zuluch. Wir haben uns hier ein kiepter, einen kiepter, und wir machen das Kiepter. Aber es ist okay, man kann nicht die heutige Schule bringen, sondern sie bringen uns ein bisschen mehr. Nein, nein, nein. Nein! Nein, ich begrüße die Beleiterung von meinem Freund. Ich habe mich von Adela, aber ich habe mich schon in den Klinikischen Buches gekriegt. Ich habe mich schon 50 Jahre zurück, bis bald 60 Jahre zurück in den Ballpark, da gab es verschiedene Jäden, wie den Tempeljäden, wie die Israeljäden, und die verschiedene... Und zwar nicht einmal ganz jemand der Anziehung, wie er gewinnt, Und deswegen hat er gewusst, dass man jeden Tag in der Karre, jeden Tag nicht, man darf zurückbringen, zurück aufschaffen, das, was es leider war. Das ist doch ein Gedanke. Es ist daran, dass die Kinder gewinnen können. Ich habe einen Zeitgang zu erinnern und gesagt, es passt nicht, da gibt es doch einen Stickel in der Sprache. Jetzt tun wir mehr, es geht nicht um den Beschäftigung. Das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke. Wir haben noch einen Geheimen, einen Geheimen, einen Geheimen, einen Geheimen, einen Geheimen. Und dann haben wir ihn noch einmal einen Geheimen, der erkennt, Reporter aus, dass er aussahfit ist. Er hat Kirche, die aller Geheimen, aus landmarken, aus verschiedenen Übergängen. Sie die Verschzählung der BLM-Geräusche, der es nicht mehr hier sein kann. Sie werden mit mir nicht mehr gehandelt. Sie werden mit dem Voraus sind. Sie werden mit dem Voraus sein. Sie werden mit dem Voraus sein. Die Kirche des Böse des Kirchner Vielen Dank.